Absolut und ich finde wirklich Hybrid ist eine riesen Herausforderung und ich glaube, man muss es vermeiden, wo es nur geht, weil du einfach so diese totale Teilung hast, einfach in die Leute, die sozusagen dann vor Ort sind und die anderen, die vor dem Computer sitzen, vielleicht je nachdem, wo die Mehrheit sich dann findet, aber natürlich sind die einfach immer in einem kommunikativen Vorteil, die die gemeinsam vor Ort sitzen. Und ich glaube, du kannst sowas schon und wir haben schon öfters darüber gesprochen, man muss sich vielleicht ein paar Dinge überlegen, aber ich glaube, dann ist es möglich, ein gutes Remote Meeting zu halten. Da bin ich total überzeugt davon. Aber diese Hybrid-Geschichte, ich glaube, die ist richtig schwierig, also die auf einen Punkt zu bringen. Also wir hatten das bei der letzten Veranstaltung, da waren sinngemäß, ich glaube, fünf Leute vor Ort und einer Remote. Ja, der ist kurz vor ausgeschlossen. Ja, er kann mithören und ja, ab und zu kann er auch mal was sagen. Aber du bist einfach nicht so eingebunden in der Diskussion, Kommunikation, im Visuellen einfach, dass du da bist für die anderen und sichtbar bist. Also das finde ich ganz einen schwierigen Punkt. Und gerade wenn man sowas eh nur ungefähr einmal im Monat macht, also dann sollte man wirklich ein großes, großes Augenmerk darauf legen, dass alle vor Ort sein können und sich das irgendwie einteilen können, dass sie da sind. Ja, ich glaube, dass alle vor Ort sein können, dass alle vor Ort sein können.